Im Namen der Klasse möchte ich mich bei Herrn Huber und Frau Steiner bedanken, dass sie uns dafür ja unterstützt haben und dass sie so viel mit uns gemacht haben, das was nicht selbstverständlich ist. Danke an die Frau Hummel, dass wir das in ihrer Stunde machen dürfen. Wir wünschen Herrn Huber und Frau Steiner frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Im Namen der Klasse möchte ich mich bei Herrn Huber und bei der Frau Steiner bedanken, dass sie uns dafür ja kräftig unterstützt haben und dass sie so viel mit uns gemacht haben, das was nicht selbstverständlich ist. Danke an die Frau Hummel, dass wir das in ihrer Stunde machen dürfen. Wir wünschen Frau Steiner unsere Ruhe und den gesamten Lehrerdienst. Danke. Grüß euch liebe Leute, das ist die Vicky vom Adlerbapp. Nach längerem Ausfall bin ich wieder im Einsatz. Ich möchte mich einmal für die ganzen Genesungswünsche bedanken und ich wünsche Ihnen im Namen vom ganzen Team einen frohen Weihnachten und einen guten Rutsch und dass wir uns nächstes Jahr wieder so aufziehen wie er heuer. Danke. Grüß euch liebe Leute, das ist die Vicky vom Adlerbapp. Ich möchte mich... Nein, warte. Hoffentlich bald einmal, also nächstes Jahr gleich. Flüssig. Und fürs nächste Jahr... Ich finde ihn auch nicht mehr.